Hallo mein lieber René, ich wünsche dir alles Gute für dein weiteres Leben und für deine sportliche Zukunft. Ich möchte mich noch bei dir bedanken, du hast hier eine große Leistung in Hamburg vollbracht. Aber irgendwann kommt die Zeit mal, wo Jüngere anklopfen an der Tür und da muss man gehen. Aber sonst wünsche ich dir alles Gute und deiner Familie auch. Gesundheit natürlich und du wirst dein Ding schon weiterhin machen. Aber wie gesagt, in Hamburg sagt man Tschüss, aber bei dir sage ich Auf Wiedersehen. Ich hoffe, dass du dich hier mal wiedersehen lässt. Auch wenn wir nicht beide immer einer Meinung waren, du wolltest mich ja schon mal abschließen beim Training. Aber das habe ich lächerlich genommen. Aber wie gesagt, in Hamburg sagt man Tschüss, aber bei dir sage ich nochmal Auf Wiedersehen. Ich hoffe, dass du dich hier mal in Hamburg wiedersehen lässt. Alles Gute für dich nochmal und heil die Ohren steif. Und in Hamburg geht das immer geradeaus, das weißt du. Wenn du in Hamburg eine Freundschaft hast, dann wirst du auch die Freundschaft ein Leben lang behalten. So, das waren meine Worte. Das waren meine persönlichen Worte. Alles Gute für dich und deiner Familie. Pass auf dich auf. Gesundheit ist alles. Geld ist nur zweitrangig. Gesundheit ist alles. Tschüssi. Tschüss, tschüss, tschüss. Tschüssi. Tschüssi. Tschüssi.